Entkalken mit der Jura Z6. Wir nehmen AmbiClean, natürlicher Flüssigentkalker für Kaffeemaschinen. Da brauchen wir 200 Milliliter. Und 600 Milliliter Wasser. Durch die rosane Farbe, auch das habt ihr jetzt gar nicht gesehen, so. Durch die rosane Farbe kann man das sehr gut erkennen. So, 600 Milliliter Wasser, sind wir bei 800. Das geben wir in den Wasserbehälter. So, Gerät entkalken, steht auf dem Display. Entkalkung. Starten. Ah ja. Einmal die Schale rausleeren. Und dann entkalken das Mittel im Wasserteil. Und dann muss man nur noch den Knopf drücken. Und dann geht es von alleine los. AmbiClean kommt in der Doppelpackung. Die ist eingeschweißt. Da läuft nichts aus. Schnelle Lieferung. Super Sache. Das Gerät entkalkt jetzt. Danach kommt nochmal Wasser rein. Dann spült er das Ganze wieder sauber aus. Und dann war es das. Viel Spaß. Tschüss.